hallo und willkommen ich zeige euch wie man in audacity störgeräusche entfernt dafür ziehe ich erstmal eine datei hier rein und wir hören uns mal den anfang an das saarland symbol wie man hört sehr verrauscht klingt ein bisschen elektrisch hier vorne habe ich einen bereich ausgewählt in dem ich nur das störgeräusch habe ich spiele das als loop in dem ich die hochschalt taste gedrückt halte und dann hier auf play drücke oder auf space leertaste und das ist ein gutes beispiel für etwas was ich jetzt selektieren will ein schlechtes beispiel wäre das hier das das weil es meine stimme enthält denn im nächsten schritt will ich audacity sagen das was ich selektiert habe das was ich ausgewählt habe benutze das als schablone für das was entfernt werden soll überall also muss ich etwas auswählen wo keine stimme drin vorkommt okay nachdem ich diese selektion diese auswahl getroffen habe gehe ich in effekte und dann in rausch verminderung hier gibt es zwei schritte die gemacht werden müssen der erste schritt ist etwas auswählen und dann hier auf rausch profil ermitteln drücken mache ich mal okay und jetzt kann ich den rest auswählen oder halt nix auswählen und dann gehe ich auf effekt rausch verminderung und hier habe ich ein paar parameter ich kann sagen wie viel leiser soll rauschen werden 18 ist ein guter wert dafür wie empfindlich soll das sein 12 nun ist es genau die mitte wir versuchen es mal und die frequenz glättung wir versuchen es einfach mit dem wert der hier drin ist und jetzt drücken wir einfach auf ok wie man sieht die welle hier wirklich schwächer geworden das saarland symbol wow man hört das gar nicht mehr das saarland symbol da das saarland symbol da von allen jetzt mache ich das ganze nur noch ein kleines bisschen lauter mit effekt normalisieren ich mache es mal auf minus 0,1 das saarland symbol da von allen bürgerinnen und bürgern genehmigungsfrei verwendet werden also ich finde es fantastisch wie das rauschen der zweck ist ich hoffe euch hilft es auch vielleicht sieht man sich im nächsten video